Lass uns ein Video machen, es auf YouTube oder Facebook stellen und die Leute auffordern sich unserer Sache anzuschließen. Was ist denn überhaupt unsere Sache? Ja, wir reden einfach drauf los und dann schneiden wir es. Jeder macht heutzutage Internetvideos, das können wir doch auch. Ich wette, wir kriegen eine Million Klicks. Für eine bessere Welt, für Freiheit, für saubere Luft, für freie Energie für alle. Wir fordern alle auf, welche die Schnauze voll haben, sich vom System unterdrücken zu lassen, zu den Waffen zu greifen. Ja, das ist meine Meinung. Wenn ich in voller Absicht mir zu schaden vom Himmel aus mit Chemie besprüht werde oder dieses verfluchte giftige Fressen zu fressen bekomme, dann sehe ich mich als Opfer und bin somit in einer Verteidigungshaltung. Das nennt man Notwehr. In allem, in allem, was du sagst, war ich die ganze Zeit nur, ich bin das Opfer. Immer sind die anderen schuld, Alter. Zeigst du es noch? Du sitzt den ganzen Tag hier rum, zockst am PC, fröhntst deine Internetzucht und haust dir tonnenweise von diesem Zeug rein. Kein Wunder, dass deine Freundin dich verlassen hat. Das reicht, Mann! Was wir wirklich brauchen, was wir wirklich brauchen, ist eine Rückbesinnung auf unsere eigentlichsten Wert. Wuhu! Endlich eine Minute! Juhu! Juhu! Endlich eine Minute! Wuhu! Endlich eine Minute! Bis zum nächsten Mal.